Love for ages, diesen Satz habe ich in der Serie gehört. Ich glaube, es geht ja noch ein bisschen mehr als nur dieses Finanzielle. Es geht ja um Berufung. Da bin ich eigentlich völlig in den Startlöchern. Wir möchten ja, dass die Leute bewegt werden. Und das möchte ich schon sehr, sehr gerne, sehr, sehr deutlich ausleben können. Ich habe irgendwann gesagt, ich mache nur das, was mir gefällt. Mit der Konsequenz, dass ich mich selbst neu erfinden musste. Und ich glaube, dass das Geerdete im Leben sein hilft, wirklich tatsächlich dann auch das auszudrücken, was auszudrücken ist. Und ich glaube, es geht ja noch ein bisschen mehr als das sein.